TRUMPF ist ein internationales Unternehmen mit weltweit mehr als 16'000 Mitarbeitern in 73 Standort. Während der Ausbildung hat man die Möglichkeit, am Lehrlingsausdienst teilzunehmen und an einem anderen deutschsprachenden Standort mitschaffen. Mein Name ist Luca Rainschadler und ich mache die Lehre als Informatiker, Applikationsentwickler Dabbertrumpf Schweiz AG und bin im zweiten Lehrjahr. Jetzt zeige ich dir meinen Berufsalltag. Kommt doch mit! Ich habe meine Lehre in der Produktion angefangen, zu Münchenprodukte kennenzulernen. Meine Aufgabe war es, die Lasermaschinen in Betrieb zu nehmen und Schneitest zu türen zu führen. Da der Standortgerüst überreicht Netzwerktechnik in der Ausbildung nicht abdecken kann, wird das in einer externen Firma gelernt. Dort werden einem die Grundlagen über Computer und Netzwerktechnik beiberungen. Zudem wird man auch einen Kundentermin vor Ort mitgenommen und löst Probleme beim Kunden. Auf dem zweiten Lehrjahr geht das Programmieren richtig los. Als Lerner wird man von Anfang an in Projekte mit einbezogen, die die Produktion unterstützt. Die Herausforderungen sind herauszufinden, was der Kunde vom Programm genau erwartet und wie man das am besten umsetzt. Nebst dem logischen Denken ist es auch wichtig, im Team zu arbeiten. Als Lerner wird man auch in Ausbildungsprojekte mit einbezogen, was mir auch sehr gut gefällt. Zum Beispiel werden Schnupperlehren von Lernenden durchgeführt und bei Events wie im Intcamp sind wir auch dabei. Jetzt hast du einen kurzen Einblick in deinen Berufshalltag als Informatiker gehabt. Hat es dir gefallen, dann bewirb dich jetzt bei Trumpf Schweiz AG. Wir freuen uns auf dich.